Oh, ich treff das Teil, oder? Du kannst gegen die Viecher einfach besser als ich. Ich schieße doch einfach mal drauf. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Kannst du die auch machen, toll. Okay. Aber ich glaube, die zwei müssen wir beseitigen, sonst kommen wir nicht weiter. Oh nein. Ach, klick, dann können die auch noch. Ich weiß es nicht. Tolle Wurst. Wurst ist Vitamin. Oh, du Hurensohn, ey. Oh nein. Wenn ich nicht auf sie gehen würde, finde ich es nur. Wäre doch ganz nett. Jetzt zieht euch, ihr Pisser. Komm sie, ihr zwei. Können die Türen öffnen? Oh, super. Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Ich habe Stickstoffgranaten gefunden. Ist aber für Granatwerfer, glaube ich. Überspringen doch. Überspringen doch. Mensch, da stand doch Überspringen. Warum machst du das nicht? Ich glaube, ich bin tot. Da kommt jetzt einer zu mir und der macht bitte nicht die Tür auf. Kann nur fliehen. Ich glaube, ich habe einen Schwinger verpasst. Ich sehe es. Da oben steht er. Hochknittern. Oh, hier sind Minen. Ganz viele. Oh, ne. Das Viech ist hier. Die leben ja noch. Oh. Wie kann der mich? Okay. Der Typ hier hängt an der Tür fest. Das komische Insekt hier und den Typen. Ja. Das kommt, glaube ich, nicht rechtzeitig zu dir. Nein, vor allem nicht, wenn ich selbst kackstelle. Oh. Oh, das ist so scheiße, ey. Das ist kackstelle hier, echt. Na gut, du hast Minen gefunden, ne? Die könnte man verwenden. Eieieiei. Dann lass die Minen zuerst holen. Das ist, glaube ich, besser. Ja, meinst du, das ist so gut, dass man... Also, wenn man es jetzt die Minen holt. Ja, aber gegen diese komischen Insektenviecher wirken die ja nicht viel. Ja, aber trotzdem müssen wir nicht da... Weil das ist so ein Dead-End-Room. Also, da ist... Es hat eine Tür und du kommst halt nur durch die eine Tür auch wieder raus. War auf der anderen Seite noch irgendwas zu mitnehmen? Ja, da ist auch noch... Ähm... Rotes Kraut, glaube ich. Okay, ja, stimmt. Ich nehme das dann gleich mal mit. Ich kombiniere das mit dem anderen Kraut. Da kann ich mir nicht schaden. Was ist das? Stiegstoffgranaten. Die kann ich nicht verwenden. Okay. Dann... Wollen wir noch machen? Mhm. Ich hab auch so... so viel Munition, ne? 11 Schuss. Nee. Auf geht's. Dann machen wir Luke auf. Zack. Die andere Seite. Und das zweite... Ich glaub eins haben wir schon, ne? Weiß ich nicht. Ja, eins haben wir schon. Ich hab auch noch mal mit. Okay. Ach. Ich hab auch noch mal mit. Okay. Ach. 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 Gut. Sehr gut. Dann lass mal Minen auslegen. Ja. Was denn? Einfach hier vorne hin? Oder was? Nimm die nochmal auf. Ähm. Wir müssen sicher gehen, dass die Dicken da reinlaufen. Weil ich glaub, da kommen noch andere. Spacken. Okay. Verlicht. Nee. 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 Ich denke du kannst die Mühlen auslegen. Ach. Ach. Weiß ich nicht. Ach. 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 Ich hab gar keine Munizur mehr, ne? Das ist ungünstig. Ach. 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 Geht mir doch nicht alle auf den Sack hier. Ich glaube, da hatte einer eine Blendgranate mit. Nicht, doch nicht, doch nicht, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Ja, versuch jetzt mal wegzuwenden. Ich weiß nicht. Wie dumm. Ach, kacke. Tot. Ach, ist das doof, echt. Ich hasse diese Stelle. So was mag ich ja überhaupt nicht. Ich warte dann einfach mal, bis du die Mieten hast, oder? Hm. Kann man da neben dem Pampenofen? Nee, eigentlich nicht, ja. Glaubst du uns nur Kräuter? Ein paar kaun-k Krantgranaten. 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 Krantgranaten hätte ich aber... Kann ja meine Sachen nicht geben. Brandgranaten könnte ich dir rübergeben. Das war es dann auch schon. Dann behalte lieber selbst. Ich habe noch drei Blendgranaten oder so. Ja. Bereit? Ja. Immer doch. So, brauchen wir was. Luke aufmachen. Okay. Weitwerfer. 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 Links kommt einer. Nein! Er hat mich. Das dauert immer so verflucht lange, bis du da wieder alles zusammen hast und dann wieder von vorne anfangen kannst. Dabei kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass es so schwer war. Kann man Granaten kaufen? Minen kann man kaufen. Minen kann man kaufen. Naja, ich habe zu wenig Geld dafür. Ich kann mir nichts... Ich kann mir eine Blendgranate leisten. Ich habe 10.000 habe ich noch. Was soll ich denn kaufen? Minen? Ähm... Gute Frage. Minen. Wie viele hast du jetzt insgesamt gefunden? Drei. Also wenn ich die anderen zwei noch hole, die oben liegen, habe ich drei. Die Frage ist, ob sich das lohnt, da jetzt die Minen zu kaufen. Also das Problem ist später hinaus, wenn wir mal an den Sekten vorbeikommen, dass diese Dicken, die laufen zwar da schön rum, aber es kommen ja immer nur von den anderen herbeigesprungen. Die Frage ist, wie zielsicher wir da die Dicken mit den Minen treffen. Ach, ich kaufe einfach noch zwei Stücke und das ist gut. Ja. Wo hat der... Warum... Moment. Ah, die sind... Oh, warum habe ich denn jetzt 10? Ich habe 10 Minen gekauft. Na gut. Ich dachte, das wäre nur eine immer für 1500. Na gut, dann haben wir jetzt halt 13 Minen. Bist du auch noch eine haben? Nein, einen Platz habe ich noch. Ich kann noch. Ich kann noch. Ich kann das hier ja kombinieren, dann habe ich noch ein bisschen mehr Platz. Ja, eine Mine. Dann kannst du die anderen zwei noch holen. Ja, machen wir so. Super. Ich habe einfach mal 10 Minen gekauft. Naja, das wird jetzt aber helfen. Hoffe ich. Die Minen, die Minen, die legen wir einfach überall aus. Das ist das Gute. Ich meine, wie gesagt, gegen die Insektenviecher ja nicht. Ja. Oder haben wir ja jetzt, glaube ich, eine ganz gute Taktik. Also so viel halten die ja gar nicht aus. Wenn man die richtigen Stellen trifft. Ja. Ja. Komm mal auf die Tür schneller auf. Wenn die nicht jetzt schon kaputt machen irgendwie. Die Eier. Ich glaube nicht. Ja. 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 Ich habe dich eindeutig getroffen hier. Ja. Ich auch. Der andere kommt gerade in die Leute. Sollte, wie sollste da? Mach doch mal auf, hallo!